Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together GTA San Andreas Multiplayer. Ja, wie immer mit mir, dem David und mit dem... Sagi! Ja, also wir sind hier wieder auf dem gleichen Server. Wie in der letzten Folge, wir fanden diesen Server richtig geil, der hat uns richtig Spaß gemacht, ja. Habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr die letzte Folge noch nicht angeschaut habt, schaut sie euch doch an, lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, springen wir jetzt erstmal hier aus diesem geil gemachten Flugzeug, also das ist jetzt hier ein Flugzeug. Es gibt hier, wie auf dem anderen Server, auch Teleport-Points, wo man sich dann halt teleportieren kann, ja. Spring mir mal. Ja, komm, stell ich mal neben mich. Okay, los! Oh, nein! Ich bin tot. Bis Toilette. Nein... Fuck, also... So, ich bin... Oh, nein, 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 fuck, ich habe fast kein Leben mehr. Ich habe mich gerade fast mal eine Granate selber gekühlt. Ich habe ich gerade Deutschland gefragt. Ja, fuck off, tut ihr oben, oder wo? Ja, fuck off, treffen uns halt bei einmal irgendwo anders uma of, tra Supremere versus dann. Bei Stunting Telebut sós. die Bestandten Teleport vielleicht irgendwo mehr ist so wie es was sind dieses Maes wollen wir das nächste Mal ausprobieren ja machen wir mal ich stecke im Boden fest bist du das er ist diese steckt jetzt im Boden fest keine Ahnung um nur ein also sofern auch weil ich jetzt bin ich da also es gibt es hier so schön ist sowas gibt es nicht hier eigentlich so schön ist schon mal ein bisschen rum ich glaube ich nehme mir erst mal ein Auto oder Prozent Trillers Neul es gibt sich hier geile Fahrzeuge ein Gipsi geile Fahrzeuge siehst du es hat und war sie gleich hätten einsteigen keine Ahnung man das geht nicht geht nicht aber Warte Warte mal vielleicht gibt es ein anderes auch noch Junge was ist das für die Scheiße hat 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 er was habe ich gemacht Jürgen Schauer die Scheiße an er wo hat es gefunden um zu bei Kass und dann Trailer ganz unten Trillers Petrol Trailer er Leute sind ja nur Anhänger schon mal an ich kann mit dem Echt rumfahren und bei ihr Haar springt man heftig Jürgen Schauer die ganze Zeit hat ich glaube das hat Jürgen ich dann hatten auch noch ein Lasser Spornen kann und dann hat mit dem Anhänger äh rumfahren kann glaube ich sind extra dafür ja Jürgen das ist das Geiste Jürgen Jürgen das was wir noch so haben Loller das geteilt mit mir St aber alle wie sie wieso ich mich die ganze weiter Kempfer was sie hier ok ok anscheinend haben hier auch alle Fahrzeuge Nitro aber das nicht röss hier dauerhaft dass man kann sich irgendwie abstellen oder so ja ok da will ich mir erstmal ein Sport Wissi Turismo okay jetzt schon versuchen wir mal hier ist ganz und schon was das da hier sind gibt und ein bisschen die Schicht sehr gut bisher die Lampe an sich die sehr abgehoben aber für mich und ich finde scheiße dass das nicht der dauerhaft ist man kann so sind Vatikon kontinuiert Rampen zufährt dann ist diese scheiße da 99 weil es geht man die Rappen die Rampen sind die sinnlos und scheiße was war das Maze Fabian mal hier hoch wirst du das denken Schauer oder das wurde die gar nicht tun ja doch ich finde doch hier ich weiß schon ja bei dem und warum Sport wie sie es ja was hier holen wir noch kurz okay ja okay lass hochfahren das ist auch drüber hält es ist der Externe der Käfig dafür hält also bis jetzt es ist langsamer der rutsch von der blieb die schwarze ja ich bin nur mein tourism aber doch nichts sagen muss aus muss man dann nicht hält sich ich check das gerade alles nicht in die oder eben mit dem zahlrein ja aber dann da ist noch ein wort hält ja warte mir kommt dann mal wieder hin ich schick's gerade nicht wer in dem Geheimtalschritte wurde der Springer was ich glaube nicht mit dem Auto auch Leute geschätzt so ich war dann ja in der Luft und jetzt kommt runter auch der Verhältnis Lea und Geiler Server okay aber okay hier geht es also weiter durchschauen dass wir so eine Scheiße dass man nicht schwierig reinkommen scheue ich komme jetzt zum Beispiel ich bin nicht der ich glaube ich habe immer dann schnell auch mal ein Bike Prozent hier ist so Energie natürlich er hat ja doch soll ja aber man weiß dass sie gleich springen können sonst gibt es nicht immer so und neun Herr was soll das ich würde jetzt durch irgendetwas gestoppt 9 bis da jetzt hochgekommen du kannst ja hart drücken dann springst du so ich weiß schon kommt schleiter hoch hat von dem Motorrad auch nicht so lief neuner okay jetzt so okay da geht es mit einem Rohr weiter so ein Lande aus der Sorge sinnloses Teil nur als Wasserfeld gelt ja wir ich bin schon im nächsten Jahr aber ich glaube ich schaff's nicht bis dahin zu kommen doch oder so er muss man bleibt man in den Brunschau was wohin man jetzt muss man auch die jungen Schwestern da muss man jetzt muss man jetzt hier und so oder muss man da irgendwie noch draus daraus geht es und das einfach was dann ja nicht ja und dann ja also wo wo muss man hin r er würde ich jungen ich bin jetzt rausgefallen die jeweiligen mit 2 das sie doch dass er die so schreckt Prozent wie so Horror oder so halt keine Anliegen Skerry Mace game und jetzt sind die doch da bisher ich nur wie eigentlich nur wie alles dann nur so Stamptinger zu Lenz mehr in den nächsten Mal müssen nicht meistens meistens zwei natürlich nur jetzt nicht vom Tod gefallen und wissen du Bist du schon bei Mace 2? Echt? Ja. Okay, ich seh dich nicht. Okay, da vorne ist gut. Ich seh dich auf der Part, aber ich seh dich in der... Hä? Wo bist du? Du bist schon runtergefahren. Ja, ich seh dich. Du stehst in so einem gelben Auto, neben so einem gelben Auto oder so. Äh, hä, nein. Doch, du bist doch hier. Ah, nein, das ist ein anderer. Lol, der hat ne Minigun auf dem Rücken. Und irgendwie Laser in den Augen. Bist du Mace 2? Ja, ich bin Mace 2. Warte, hä, wo bist du denn? Hä? Ich bin Mace 2. Stunting Teleport und dann Mace 2. Scheiße, mein Auto brennt, mein Auto brennt. Ah! Ich glaub da, aber ich seh dich nicht. Oh, da bist du. Bist du tot? Ich nein. Ja, okay. Lol, mein Auto ist doch gerade eben explodiert. Ah, okay, das ist ja. Müssen wir hier löschen. Feuerwehr! Bist du dir sicher, dass du mit dem Motto Energie fährst? Ja. Okay, dann nehme ich mir auch eins. Bikes! Energie! Wo bist du denn? In der Luft? Ja. Ja, da, da, komm mal runter. Nee, aber nice, man. Oh, fuck, nein! Ja, ich bin unten. Warte, ich hebe gerade mein... Okay, lass losfahren. Ich bin hinter dir. Warte, ich glaub, da fahrt ich lieber... Ah, hatten wir die Rampen nicht gestern schon? Oder ne, die haben wir dann wahrscheinlich alleine gespielt. Ah, nein, ich... Ich hab's nicht geschafft, da zu landen. Man muss... Man muss bisschen weiter links fahren. Nee, ist zwei. Oh, ich lande immer wo ganz anders. Ich fall da immer ganz runter. Also, bei mir ist dann diese eine Fläche nicht mehr da. Ah, jetzt aber. Ich fahr ein bisschen weiter links. Ah, scheiße, zu rechts. Zu rechts. Zu rechts. Ja, aber ich glaub, das ist gar nicht zum Weiterführen, weil man kann da auf diese Rampen auch einfach so drauf fahren. Von daher. Okay, was können wir... Ach so, Test. Das gibt's nicht hier noch so. Hier sind zum Bauer, in so einem gelben Auto oder so. Und mit der Zockt entgegen, warte. Mervins Private Wissile. Okay, was ist das? Das ist so, da kann sie ja auch Autos kaufen. Und Mötig hat Gott, Mötig Lais, Private Wissile, schon mal wo ich bin, alle mann, ich hab für die Geilkarte. Ja, du bist hier voll egal in Reifen und so. Ich bin unten, nein. Ah, bei Mainz, ja doch, bei Mainz 2 ist das so ein markierter, markiertes Viereck. Ja? Ja, komm mal dahin. Werder wartet wohl, denn... Warte, ich hab' überschritten, Mike. Nicht hier unten. Oder war ich versuche mal mit dem Auto zu teleportieren, zumeist zwei. Ich seh' dich doch. aber nur weil es bei mir nicht ladet voll heftig hasse die Gäste und ein Koppel na ich hab mir nicht gekauft aber so ein Penner der Stand da dran Korkomitz kommt runter und dann geht es diesen markierten m4 und dann siehst du mit dem Friedrich Kippie weil ich bin gestorben die sich vergrüßlich aus auch verkehrt werden davon kann er sterben Niede kann sogar nicht mehr sterben und in diesem Leser Strasse nicht überschreiten würden Nürnberg beim nächsten Lärmste zu mehr als größte hier ist ja alles das ist Schöne ich würde mal an der Welt irgendwie so ne Ah nein das ist egal ich du äh es geht mit dem ah doch der da bist du und mein Gott mein Gott weil ich würde sagen wir treffen uns wieder bei Plänen nein nein es gibt so nicht wie so sterb ich da und wir laden die Textur nie und dann fliege ich einfach so runter Plänen jetzt aber ja jetzt wo er sich das ist so cool das war cool ja versteck dich dahinten welchen verkehlig abt er kommt er wird der Stahl ist ja so wie sie zum Back er bei dir diese GmbH funktioniert man denkt es nicht Mein Dings funktioniert nicht. Dann war's. Junge, hat gerade so geklungen, als hätte ich mir die Knochen gebrochen. Naja, egal, springen wir jetzt mal einfach. Ja, ja. Auf jeden Fall, das war's mit einer weiteren Folge. Let's Play GTA Together, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns doch einen Daumen hoch und abonniert uns. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hiermit. Ja. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.